Liebe Geste, jetzt machen wir noch eine Polka, das war eigentlich die erste komponierte Polka von meinem Großvater Saoko, auf Anfitte heißt es. Und das ist jetzt für die erste Runde unsere letzte Polka. Natürlich machen wir dann auch ein bisschen nach Verkauf von CDs, Autogramme gibt es auch, natürlich von sonst. Und wir freuen uns, wenn wir dir ein Foto teilen können. Also gerne, nächste Pause und wie gesagt, das ist jetzt die erste von vier Runden Action. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.